Hallo Leute, Christian hier. Willkommen zu dem Regelwerk meines folgenden Projektes. Ich freue mich mega ankündigen zu dürfen, dass ich jetzt wieder ein Projekt bringe. Ich war vor Jahren schon mal auf dem Kanal, hatte selber eine Pokémon Challenge gemacht, hatte Minecraft gespielt, ja ist klar, ein paar Projekte gemacht und war dann aber für längere Zeit verschwunden. Und habe vor, jetzt wieder aktiver zu werden, hier mein erstes Projekt anzukündigen und sobald ich meinen neuen PC bekommen sollte, auch andere Sachen, andere Projekte zu bringen und freue mich da echt mega drauf. Wir fangen erstmal an. Ich werde eine Pokémon Perl Randomizer Nasslock Challenge bringen. Da werden sich erst manche denken, jo gut, weiß ich Bescheid, Nasslock ist das, Randomizer ist das, gut. Aber es wird bestimmt auch Leute geben, die sich denken, was zur Hölle macht der Junge da? Deswegen würde ich gerne erstmal die Regeln erklären, hier in dem Video, bevor das Projekt startet. Nämlich eine Nasslock Challenge im Pokerball. Macht das Ganze ein bisschen schwerer, bringt mehr Spielspaß eventuell, weil, wenn man das Spiel immer durchgespielt hat, gut, dann weiß man alles, es ist nicht wirklich schwer. Und ja, das ändert die Nasslock halt. Weil, der erste Punkt ist eigentlich auch schon mal der entscheidendste, besiegte Pokémon. Also, wenn wir ein Pokémon haben, das besiegt wird, ist es tot und muss freigelassen werden. Normalerweise ist Pokémon ja so, du hast Pokémon, das kann ruhig mal ohnmächtig werden, gehst du zum nächsten Pokémon Center, es wird geheilt, es ist wieder da. Gut, kein Problem. Bei uns ist es so, wenn ein Pokémon stirbt, muss es freilassen, es ist komplett weg. So, wenn all unsere Pokémon in einem Kampf sterben sollten, also wir halt keine Pokémon mehr haben, die wir benutzen können, ist die Challenge verloren und das Let's Play ist zu Ende. Das heißt, es könnte vorkommen, dass nach Part 9, so wie in meinem alten Projekt, das Let's Play zu Ende ist. Oder es könnte sein, dass wir irgendwann den Champ besiegen, wir das Let's Play geschafft haben und dann halt das Projekt zu Ende ist. Das wären dann so 40, 50 Parts, denke ich mal, vielleicht ein bisschen weniger. Und das ist natürlich mein Ziel. Das Letzte Mal habe ich leider durch ein ziemlich starkes Pokémon relativ am Anfang verloren. Ich sage mal so, wenn wir unter 5 Parts sterben, fange ich nochmal von vorne an. Weil 5 Parts ist jetzt wenig, sollten schon mehr sein, deswegen werde ich dann nochmal neu starten. Ich hoffe mal, dass wir es diesmal schaffen werden. So, nächste Regel. Pro Route, Gebiet, darf nur das erste Pokémon gefangen werden. Wir gehen in ein neues Gebiet, eine neue Route, sehen dort ein Pokémon und das ist das Pokémon, was wir fangen müssen. Wenn wir es töten, haben wir keine zweite Chance mehr. Falls das Pokémon, was wir sehen, wir bereits besitzen oder besessen haben und es gestorben ist, haben wir drei weitere Versuche, ein neues Pokémon anzutreffen und dann zu fangen. So, wir können aber natürlich auch dasselbe Pokémon nochmal fangen, falls es gut sein sollte. So, falls es vorkommt und wir ein Shiny-Pokémon antreffen, ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Funchinies dürfen immer gefangen werden. So, alle legendären Pokémon, es gibt es ja zum Beispiel in Perl, was wir jetzt spielen, gibt es Palkia, der auf Berg wartet und den müssen wir besiegen. Wenn wir aber legendären Pokémon auf einer Route zufällig antreffen, welche Randomizer, dann dürfen wir den fangen. So, dann dürfen unsere Pokémon die Level des stärksten Pokémon des nächsten Arena-Leiters nicht überschreiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Arena-Leiter, der hat sein stärkstes Pokémon ist Level 14, dann dürfen unsere Pokémon nicht über Level 14 kommen, bevor wir ihn besiegt haben. So, falls es doch passieren sollte, dürfen die Pokémon halt, bis der Arena-Leiter besiegt wurde, nicht mehr kämpfen. Pro Kampf darf maximal ein Heil-Alcharm verwendet werden und der Kampfstil wird von Wechsel auf Folge gestellt. Das heißt, normalerweise, wenn man bei einem Trainer, Trainer hat zwei Pokémon und wir besiegen das Erste, dann steht da immer, als nächstes setzt der Trainer das und das ein, willst du dein Pokémon wechseln? Das kommt nicht mehr, das heißt, wenn wir ein Pokémon wechseln wollen, wird uns immer ein Zug geklaut und der Gegner hat so gesagt, ein Gratis-Angriff auf uns macht es natürlich auch schwerer. Das sind so erstmal die Regeln der Nuzlocke, es steht natürlich alles nochmal in der Videobeschreibung. Ich werde euch jetzt noch sagen, was so meine Randomizer-Einstellungen sind, die das Spiel halt ein bisschen verändern. Nämlich, die Starter-Pokémon sind alle komplett randomized. Es könnte vorkommen, dass wir am Anfang ein Newtube bekommen, es könnte aber auch sein, dass wir irgendwie ein Anton bekommen. Kann alles passieren. Bilde Pokémon sind random, heißt die Pokémon auf den Routen sind alle random. Das heißt, es kann sein, dass da legendäre Pokémon rumlaufen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich die Fangrate auch ein bisschen runtergestellt. Legendäre Pokémon sind, wenn sie wenig HP haben, bei 15% Fangchance und andere Pokémon, normale, mit trotzdem einer niedrigen Fangchance, sind, wenn sie wenig HP haben, bei 30%. So, dann die gegnerischen Trainer-Pokémon sind alle komplett randomized. Die Pokémon, die unser Rivale hat, sind randomized, er wird aber seinen Starter-Pokémon behalten. So, Pokémon beim Tausch sind randomized und die Attacken der Pokémon sind alle randomized. Das heißt, es können sein, dass unterschiedliche Pokémon Attacken erlernen, die sie sonst nicht erlernen könnten. Die TMs, also Items, mit denen man Pokémon Attacken beibringen kann, sind auch zufällig. Und die Items an sich, die auf Boden liegen oder die man bekommt, sind auch zufällig. Das sind so die Einstellungen, die ich im Randomizer eingestellt habe. Ich freue mich mega auf das Projekt. Ich hoffe ja auch, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und wenn ihr euch auch freut auf das Projekt, könnt ihr ja auch gerne mal mit einem Like zeigen. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Tage losgehen. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Tschüss.